Shoujo bedeutet übersetzt einfach nur Mädchen. Das sind Animes, die sich an ein junges, weibliches Publikum richten und oft romantisch und emotionale Themen behandeln. Um jedoch ganz korrekt zu sein, Shoujo ist kein Genre, sondern eher eine Zielgruppe, nämlich Mädchen im Teenager-Alter. Ich habe aber nicht so viele Shoujo-Animes bis jetzt geschaut, aus verständlichen Gründen, glaube ich, aber diese zwei sollten gut sein. Cardcaptor Sakura und Fruits Basket. Eine Unterkategorie von diesem Genre ist Magical Girl und wie schon der Name andeutet, geht es hier um junge Mädchen mit magischen Fähigkeiten, die gegen Monster oder andere Bösewichten kämpfen und Abenteuer leben. Das bekannteste Beispiel ist natürlich Sailor Moon und ein weniger bekanntes Werk ist Madoka Magica. Josse bedeutet wiederum junge Frauen bzw. erwachsene Frauen. Das sind also Animes, die sich an erwachsene Frauen richten und oft realistischere und emotional tiefere Geschichten erzählen. Wobei ich auch sagen muss, dass man bei den Josse-Animes aufpassen soll, da diese natürlich auch erwachsene Themen ansprechen. Man kann oft auch, wie soll ich es am besten sagen, intimere Szenen sehen und an sich ist es ja nicht schlimm, aber dadurch, dass die Grenze zwischen Josse und Shoujo-Animes sehr dünn ist, kann man oft nicht erkennen, ob das ein Anime für jüngere Mädchen oder für erwachsene Frauen ist. Ich sage das nur, damit ihr ein bisschen vorsichtiger dabei seid, wenn ihr vielleicht eure Geschwister mal in die Welt der Animes reinbringen möchtet und etwas für jüngere Mädchen auswählt. Nana und Paradise Kiss sind die einzigen Josse-Animes, die ich persönlich kenne, aber wenn ihr noch andere kennt, dann bitte einfach die in den Kommentaren nennen. Szenen bedeutet Jugend und zu diesem Genre gehören die Animes, die sich an erwachsene Männer richten, aber auch von vielen Frauen geschaut werden. Oft mit komplexeren Themen und reiferem Inhalt. Und hier haben wir wieder den Fall, dass es sich nicht wirklich um ein Genre handelt, sondern um eine Zielgruppe und zwar so ab 16, 17, 18 und älter. Dass sich die Szenen-Animes nach dieser Zielgruppe richten, sind diese auch meistens viel brutaler und auch deeper und emotionaler und natürlich auch intimer. Dadurch, dass die Autoren so eine große Freiheit haben, entstehen auch in diesem Genre unglaublich kranke Meisterwerke wie Berserk, Tokyo Ghoul oder Vinland Saga. Shonen ist, glaube ich, das bekannteste und meistgeschaute Genre in der ganzen Anime-Szene. Die meisten haben die Anime-Welt durch einen Shonen-Anime kennengelernt, sei es Dragon Ball oder Naruto zum Beispiel. Deshalb hat dieses Genre einen speziellen Platz verdient, wie ich finde. Zum Verständnis, Shonen bedeutet Junge und das sind die Animes, die sich an Jungen unter 16 Jahren richten und oft Action geladen und abenteuerliche Geschichten erzählen. Deshalb ist das wieder kein wirkliches Genre, sondern einfach nur eine Zielgruppe. Es ist echt schade, dass diese Anime so ein kindliches Bild erhalten. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich zum Beispiel meinen Eltern erklären würde, was Shonen-Animes sind und denen dann, keine Ahnung, One Piece anmachen würde, dann würden sie direkt denken, dass der Anime für Kinder ist, obwohl das nicht wirklich stimmt. One Piece ist ein so tiefgründiges und unglaublich emotionales Werk, das mir im Leben sehr viel beigebracht hat, was ich von meiner alten Schule leider nicht behaupten kann. Ich will euch nur noch ein Beispiel nennen, wie falsch dieses Bild von Shonen ist. Death Note ist auch ein Shonen-Anime, nur zur Info. Zwei weitere sehr gute Beispiele wären Yu Yu Hakusho oder My Hero Academia. Comedy, das erste richtige Genre, das es auch bei den normalen Serien und Filmen gibt und genauso wie bei diesen haben die Comedy-Animes mehr oder weniger nur ein Ziel, das Publikum zum Lachen zu bringen. Es gibt dabei einen großen Unterschied zwischen den Comedy-Animes und den anderen Serien und zwar nutzen viele Animes einen Joke und ziehen den durch die ganze Serie so als Hauptkonzept. Das beste Beispiel dafür ist One Punch Man. Also der Joke hier ist, dass Saitama overpowered ist und dass er deshalb unzufrieden mit seinem Leben ist. Die ganze Handlung dreht sich um diesen Joke und das wird auch wahrscheinlich so bleiben bis zum Ende des Animes. Das Comedy-Genre hat leider bei uns und überall auf der Welt, außer in Japan selbst, glaube ich, einen schlechten Ruf und viele Animes, die eigentlich lustig sein sollten, sind es nicht. Das Problem ist nicht der Anime selbst, zumindest nicht meistens, sondern eher der kulturelle Unterschied und die Sprachbarriere. Die Kultur in Japan ist so schon sehr bunt und crazy im guten Sinne und einfach anders als bei uns und die Japaner haben noch diese Eigenschaft, dass sie in ihren Animes und Serien auch immer übertreiben müssen und für die ist es bestimmt lustig und interessant, aber für uns ist das eher fremd und deshalb gehen die meisten Jokes an uns vorbei oder sie sind für uns einfach nicht lustig. Aber auch wenn wir die Anime Sab oder Dab schauen und eigentlich alles verstehen, können wir die ganzen Wortspiele gar nicht wahrnehmen und dagegen kann man leider nichts machen, außer vielleicht nach Japan auswandern. Gintama und Konosuba sind jedoch zwei richtig lustige und geile Comedy-Animes. Horror-Animes sind, wie ich finde, nicht gleich Horror wie in den Hollywood-Filmen und anderen Serien. Ich weiß zwar nicht warum, aber die Japaner glauben, dass ein Horror-Anime dich nicht unbedingt erschrecken soll, sondern psychologisch zerstören soll. Der Zuschauer soll nämlich dabei wirklich innerliche Angst kriegen und sich fragen, in welcher Höhle er gelandet ist. Die meisten Horror-Animes haben diesen Boo-Effekt gar nicht. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt nicht so viele Horror-Animes geschaut habe, dass ich für die ganze Anime-Szene sprechen kann, aber zumindest habe ich so ein Gefühl bei diesem Genre. Monster und Nada. Ich glaube, zu diesen zwei Werken muss ich gar nichts mehr sagen. Mecha ist ein sehr altes Genre, was wir leider gar nicht mehr so oft heutzutage sehen. Hier dreht sich alles um riesige, ultra-futuristisch aussehende Roboter, also Mechas und ja, das war's mehr oder weniger. Was interessant ist, dass der ganze Hype um diesen Animes nicht wirklich durch die Mecha-Animes selbst entstanden ist, sondern durch die ganzen Figuren und Spielzeuge, die damals so populär waren und heute immer noch sind. Dieses Genre ist eigentlich eine Unterkategorie von Sci-Fi und es ist jetzt auch nicht sehr überraschend, dass es hier nochmal zwei Unterkategorien gibt und zwar Super-Mekas und reale Mechas. Übersetzt, es gibt Animes wie Evangelion, in denen die Roboter riesig sind, die selbst werden als Charakters gesehen und spielen eine viel wichtiger Rolle als in den Animes mit realen Mechas. Hier sind wiederum die Roboter kleiner, viel realistischer und sie sind mehr Waffen als wirkliche Charakters. In Gundam sieht man das sehr gut. Romance. Hier haben wir wieder einen sehr starken kulturellen Unterschied, den man bei den meisten Romance-Animes sieht und zwar geht es in diesem Genre meistens um die Frage, ob die zwei Verliebten überhaupt zusammenkommen werden oder nicht. Deshalb gibt es unglaublich viele Animes mit mehreren Staffeln, wo die zwei Hauptcharaktere sich sehr lieben, aber noch gar nicht ihren ersten Kuss gehabt haben. Die Animes, die uns mehr zeigen, wie zum Beispiel Momente aus ihrer Beziehung, sind so selten, dass man die gar nicht wahrnimmt. Die Japaner sind echt interessant, ne. Die können die dreckigsten, perversesten Hentais machen, aber wenn es um Romance geht und um schöne und intimere Momente und hier meine ich nicht direkt, wo sie miteinander schlafen, sondern einfach ganz normale Momente von einem Paar, das können sie nicht machen. Dora Dora und Horemiya sind typische Romance-Animes, die man aber gesehen haben muss. Science-Fiction-Animes spielen oft in der Zukunft oder in Weltraum-Settings und zeigen uns fortschrittliche und sehr futuristische Technologien und Waffen und Menschen und alles einfach. Leider, genauso wie das Mecha-Genre, ist das ein sehr altes Genre, was wir heutzutage nur sehr selten sehen. Die letzten zwei Animes, die dieses bzw. letztes Jahr erschienen sind und dieses Setting genutzt haben, waren einmal Metallic Rouge und Cyberpunk-Edgerunners. Ansonsten kann ich mich gerade an keinen anderen erinnern. Die goldene Zeit dieses Genres waren halt die 80er und 90er und damals war Sci-Fi der Trend und es ist zwar normal, dass es im Verlauf der Jahre immer weniger wurde, aber es ist trotzdem traurig. Ein Anime wie Cowboy Bebop mit der gleichen Animation würde ich echt hart fühlen. Slice of Life wird sehr oft unnötigerweise gehatet, weil es sehr langsam ist und kein Action hat, aber darum geht es auch hier, um ganz normale Momente aus dem Leben von Menschen. Was ich sehr cool bei Slice of Life finde, ist, dass in dem Anime selbst weitere Genres meistens genutzt werden. Da es sich hier um alltägliche Situationen des Charakters handelt, können sie an einem Tag etwas Lustiges erleben oder etwas Trauriges. Meistens findet man auch romantische Momente, vor allem wenn es sich um Schüler handelt. Zwei gute Anime sind March Comes in Like a Lion und Barakamon. Sports ist auch ein sehr altes Genre, aber im Vergleich zu den anderen ist dieses Genre immer noch populär und wird bestimmt auch so bleiben. Was Sports Anime so besonders macht, ist, dass dieses Genre die Gesellschaft in Japan sehr beeinflusst hat. Ja, auch ein wenig in anderen Ländern, aber zum Beispiel Slam Dunk hat damals es geschafft, dass unglaublich viele Kinder und Jugendliche angefangen haben, Basketball zu spielen und sich dafür zu interessieren. Das gleiche hat auch Haikyuu geschafft. Das ist echt krass, gell? Die Sports Anime sind nicht alle gleich. Dieses Genre besteht aus zwei großen Gruppen. Auf der einen Seite haben wir Animes wie Slam Dunk, die uns die Sportart so zeigt, wie sie in der Realität auch ist. Und auf der anderen Seite haben wir Animes, die noch zusätzlich Superkräfte nutzen, um die Sportart krasser zu machen, zum Beispiel Kuro Kono Basket. Und dann gibt es noch die Animes dazwischen, wie Blue Lock. Ach, 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 Isekai. Dieses Genre hat es geschafft, die Anime-Community in zwei Gruppen aufzuteilen. Es gibt die Leute, die Isekai über alles haten und die, die dieses Genre lieben und genießen. Isekai bedeutet übersetzt einfach nur andere Welt und damit ist es auch klar, was in solchen Animes passiert. Jemand aus unserer Welt stirbt meistens durch den süßen Dracoon und wird in einer anderen magischen Welt wiedergeboren oder wird dort teleportiert. Auch wenn Isekai erst in den letzten Jahren so richtig Aufmerksamkeit erhalten hat, ist das ein sehr altes Genre, was schon früher auch genutzt wurde. Zum Beispiel ist Inu Yasha oder Chihiros Reise ins Zauberland auch ein Isekai. ReZero und No Game No Life sind auch sehr gute Isekais, wobei ich euch bei ReZero noch warnen muss. Es ist sehr, sehr emotional. Also lieber zweimal darüber nachdenken, ob man damit anfangen möchte. Das Genre Psychological in Anime beschäftigt sich intensiv mit der menschlichen Psyche, mentalen Zuständen und emotionalen Traumata der Charakters. Meiner Meinung nach ist dieses Genre das beste von allen Anime-Genres, weil es fast ausschließlich nur in Anime genutzt wird. Es gibt sehr wenige Serien und Filme, die sich wirklich mit der Psyche der Menschen beschäftigen. Meistens ist es so, dass du dir schon eine Doku zu dem Thema anschauen musst, damit du ein ähnliches Erlebnis kriegst wie bei dem Psychological Animes. Wirklich komplexe Charakters, grausame psychologische Themen, Szenen, wo man sogar die Realität in Frage stellt. Das sind nur wenige Aspekte dieses Genres, die es so besonders machen. Paranoia Agent, Perfect Blue, Death Note sind nur wenige gute Beispiele dieses Genres. Musik-Animes sind ein wenig speziell, denn bei uns würde man denken, dass eine Musik-Serie sowas wie ein Musical wäre, aber in Japan denken sie natürlich anders. In solchen Animes geht es wirklich um die Musik oder Musikinstrumente und das wird oft als eine Sportart gezeigt. Also ist es nicht so, dass die Charakters random anfangen zu singen oder tanzen, sondern es ist eher so, dass sie hart üben und dann besser werden. Mehr oder weniger das gleiche wie bei den Sports-Animes. Boji The Rock und K.O.N. kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Oh nein, Harem. Ist es in Ordnung, wenn ich dieses Genre komisch finde? Ich hoffe, ich verletze damit nicht eure Gefühle, aber manche Ideen sollten nicht wirklich zu einem Anime werden. Und Harem ist einfach so ein Gedanke oder fast schon ein Traum von vielen Menschen. Vor allem Männer, dass sehr viele Frauen von einem Mann besessen sind und dass sie alles für diesen Mann tun würden? Ja, muss nicht sein. Wenn ihr wirklich solche Anime liebt, dann müsst ihr wohl ein wenig in die Realität zurückkehren. Aber jeder kann natürlich das tun, was er möchte. Es gibt auch Reverse Harem, wo es eine Frau gibt, die von vielen Männern umgeben ist. Zu diesem Genre werde ich euch keine Beispiele nennen, extra. Das war nur eine Information für euch, damit ihr das Genre versteht und es vermeidet. Es ist echt traurig, dass viele immer noch die Anime-Szene als Ganze sehen und nicht verstehen können oder wollen, dass die Animes unglaublich unterschiedlich sind und dass es viel mehr Genres und Unterkategorien gibt, die man nur in Animes sieht. Und dann geht es weiter.